Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 4. Wir sind in der Start noch und gucken nochmal, wo wir genau sind. Okay, haben wir am letzten Mal hier einen Stein eingesammelt und ich wollte nochmal checken, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Dazu gehen wir hier erstmal rauf. Okay. Ah, dieser Raum. Wenn wir weiter nach oben gehen, kommen wir hier irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Ich glaube... Ah, da sind zwei Treppen noch. Unten haben wir die beide benutzt. Oder die eine sind wir gerade... ...huchgekommen. Dann machen wir erstmal die Slimes hier weg. Okay. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ah. Ja, ja, ihr seid eh gleich weg. Wenn wir denn mal treffen würden, was wir nicht tun. Na, also. Okay. Sind wir hier schon... Oh Gott! Kill them! Wenn sie so weit weg sind, ist es, denke ich, nicht ganz so schlimm. Äh, außerdem haben wir ja eine ganze Menge zu essen, aber... Sehr gut. Okay. Oh! Ja, hier waren wir noch nicht. Sehr gut. Ähm. Okay. Nur dann... Ach so. Neh, 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 neh. So. It's dark. Ja, ja. Blocked. Magical wall. Äh. Äh. Schauen wir noch. Gucken wir uns noch mal unsere Leute an. Du hast Stärke 30, 30, 29. YOLO kann da noch ein bisschen Stärke gebrauchen. Ja. Okay. Äh. So, und der andere war auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Das müsste dann hier sein, richtig? Ja. YOLO. Okay. So. Äh. Und der... Äh. Die Treppe war in der Mitte. Äh. Klar. Ups. Sind wir jetzt im... Ja. Ähm. Leid, bitte. Bitte, bitte. Ja, 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 ja. Das ist alles. Ja. Das ist doch hier... Also, ich meine... Was? Ja. Ah. Ah. Perks, nicht Y. Das funktioniert nicht. Oh Gott. Okay. Äh. Ja. Plopp. 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 Sehr gut. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Ich würde sagen, wir hauen einfach ab. Ähm. Exit. So. Ähm. Dann würde ich sagen, was steht als nächstes auf dem Plan? Nehmen wir einfach... Äh. So. Wir sind jetzt hier irgendwo. Ja, da würde ich sagen, machen wir als nächstes... Was war das? Shame. Äh. Gehen wir vorher nochmal bei... Bei Lord British vorbei. Und dann auf dem... Auf dem Rückweg gehen wir nach Shame. Okay. Ja, da würde ich sagen, äh... Müsst euch ja jetzt nicht zum 70. Mal diesen Weg zurück... Äh... Angucken. Ich würde sagen, wir sehen uns... Äh... Bei Lord British wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Äh... Auf dem Weg zurück haben wir einen, äh... Kampf gegen ein, äh... Gegen ein paar Lava Lizards. Und ein, glaube ich, ein neues Vieh. Da oben, dieses Grüne. Äh... Sieht aus... Soll das ein Hydra sein? Hm. Machen wir erstmal die Lizards weg. Äh... Äh. Wie ist die Lizards? Oh ja. gucken was das für ein vieh ist ach come on ist nicht gut und nun treff doch mal hydra critical okay sehr gut also hier hatten wir schon mal eine hydra egal du bist weg du bist auch weg okay ja dann wie gesagt sehen wir uns gleich so dann wollen wir mal schauen was der herrscher zu sagen hat schau mir nur sehr gut hier obwohl wir ja genau genommen helft sagen okay gut dann würde ich sagen geht es jetzt ins dungeon shame da waren wir ja schon mal kurz und deswegen glaube ich dass ich da unfallfrei hinfinde und dann würde ich sagen sehen wir uns da gleich wieder so da bin ich wieder und wir sind hier wir sind hier vor vor shame unser schiff ist auch noch da was gut ist okay na gut dann würde ich sagen gehen wir da mal rein ja ist ja gut okay wer ist denn okay jeffrey schau mir nur das war ja das war dieser spaß descent 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 so level 7 hier geht es los okay ah ja ich erinnere mich ja und tatsächlich also wenn man das hat man schon gemacht das sollen übrigens särge sein das hat der eine kommentator schon richtig vermutet und ich glaube wenn wir hier irgendwo hingehen dann geht hier irgendwie ein sarg auf und wenn wir da reintreten dann geht die tür oder die wand auf okay das spiel ist gerade gecrasht wir sehen uns gleich wieder zum glück habe gespeichert bis gleich okay es war kein crash es war nur ein freeze nachdem ich irgendeine taste gedrückt habe gegen das spiel weiter komischerweise okay alles so die dinge hier weg ich meine das haben wir ja schon oft genug gemacht hier geh mal weg da du geh da mal weg du geh da mal weg weg mit dir weg mit dir weg mit dir okay okay so ich glaube ich wenn wir hier irgendwo hingehen was ganz unten im sonne wer ist dran? du bist dran? okay wo war das Feld? weiß nicht bin mir ziemlich sicher dass das hier am Rand war ja 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 hier war es okay so gut muss doch mal raus du auch gehen wir mal hier lang müsste er nicht durch die durch das gift durchlaufen show me now yolo kann ja mal q zaubern auf seinen freund dupuis sehr gut gut so jetzt sind wir hier erfolgreich durch was hat uns das eigentlich gebracht? achso hier ist eine leiter natürlich climb oh god wir müssen wir wieder ganz nach oben oder sind hier irgendwo oh hier ist eine geheimwand okay okay wir sind da okay hier sind auch orbs und f sind fountains genau okay hm jo bitte Wir wollen, wo wollen wir denn, müssen wir, können wir? Ne, wir können nur nach Süden. Ja, ja, okay. Okay. Ups. Also das ist wirklich schwierig, das durch Navigieren. Ich meine, es ist überhaupt nicht schwierig, aber es ist very tedious. Du bist dran, du kannst nichts machen, du hast einen Schritt nach unten. So, 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 so. Ja, ihr wartet erstmal, müsst ihr jetzt anstellen, da in die, in die Dings, in die Schlange, das hilft nichts, das ist alles, das ist dann zu kompliziert. Okay. So, 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 so. What the fuck ist denn das? Eine Windhose. Naja, bitte, bitte. Äh, und wir haben eine ganze Menge Richtungen. Hm. Oh, interessant. Äh, what the fuck? Schieß da mal drauf. Schieß da mal drauf. Triffst nicht. Hm. Aber komisch. Schieß da mal drauf. Twister. Mhm. Ja, ist tatsächlich eine Art Windhose. Im weiteren Sinne. Sagen wir mal. Die aus irgendeinem Grund, äh, Bewusstsein entwickelt hat. Nö, ist das ja. Ähm. Wer ist dran? Spiel? Okay. Jan, ich sehe es ja auch auf der rechten Seite. Ich muss ja, ich muss ja gar nicht nach links gucken. Äh. Äh. Ja. So, wir haben den Twister kaputt geschossen. Das ist ja der. Ja. Gut. Ähm. So. Ist die... Ja, ja. Mach die Manni wichtiger als du bist da. Little Squid. Okay. Okay. So. Dann können wir uns jetzt mal überlegen, wo wir hinwollen. Ich habe keine Ahnung. Wie können wir hier eigentlich in den Dings gucken? Können wir nicht. Okay. In den Jam gucken. Wie wir sagen, gehen wir dahin, wo Wertner uns hinführt. Und Wertner steht so... Oh, scheiße. Stand bis eben, direkt vom östlichen Ausgang. Äh. So, so. So, 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 so. So, so, so. Mmh. Hm. Ja, ja, whatever, whatever. Hurra. Okay. Noch ein Raum. Es sind eine ganze Menge Räume, wenn ich das mal sagen darf. Und wir können weiter nach Osten. Es scheint also nicht falsch gewesen zu sein. Wieso bin ich da weggegangen? Das war doof. So, das Ding ist tot. Das Ding ist auch tot. Ja, ja. Das Ding ist tot, das Ding ist tot, das Ding ist tot. Ach, come on. Okay, Wertner guckt sich mal die Truhe an. Mal gucken, ob das eine Falle ist. Bisher nicht. Okay. Okay. Oh. Wir sind durch. Ja, klar. Wieso tue ich so überrascht? Ich habe doch vorher schon gesehen, dass hier die Orbs sind. Ähm, Speichern. So, wer kann denn, wer kann denn, ich weiß ja nicht, was ich kriege hier. Ähm, search. Du püri, fang du mal an. Wow. Okay. Ist das hier eine Fountain, die uns heilt? Ja, sehr schön. Ähm, search. Okay. Na, das ist ja immer praktisch. Okay. Äh, was waren das? 400, oder? Äh, na, schauen wir noch. So, und die Fountain probiere ich gar nicht aus. Ich nehme die, von der ich weiß, dass sie funktioniert. Okay. Sehr gut. Ähm, hm. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal durch die Räume durch. Ja, hilft ja nix. Hm. Ich weiß nicht, ob Entfernung einen Einfluss auf die, äh, Trefferwahrscheinlichkeit hat. Ich habe den Eindruck, ja. Äh, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Spiel sowas Kompliziertes, oh, du bist abgehauen. Äh, sowas Kompliziertes implementiert hat. Also, Kompliziert in Einführungsstrichen. Ähm. Hm. Kill him. Ja. Kann auch einfach Zufall sein. Naja, jetzt haben wir getroffen. Okay, so, jetzt die Truhe lassen wir da. Das ist mehr zu viel, zu viel Aufwand. So, 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 so. Alle raus, irgendwie, so gut es geht. Okay. Gut. Gut. Okay, Twisters. 16 Experience Points. Wow. Das ist so viel wie die Byrons. Okay. Muss aber mächtiger Twister sein. Wieso greife ich nicht an? Ich muss dazu nur die Taste A drücken. Das ist nicht so kompliziert. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen nach Süden. Okay. Oh, Hydre. Ihr seid da aber ein bisschen doof Da komme ich schlecht hin Hydre Das ist euch klar Aber ihr kommt ja zum Glück zu uns Okay, kann man kill it irgendwie Okay Auch 14 Punkte Das ist schon mal ein Moment Ihr könnt schon mal nach unten und Werdner guckt sich mal die Truhen an. So, ihr wartet mal. Nicht, dass hier gleich irgendeine Wand zugeht und wir irgendwie unsere Leute brauchen. Achso, haben wir aufgemacht. Gut. Ach, komm. Werdt schon. Okay. Okay. Ja, ja. Vorbezeugt hier. Ach, come on. Ups. Du musst halt die richtigen Tasten drücken, Perks, sonst wird das schwierig. Ja, ja. Und schon bist du tot. Waren offensichtlich noch mehr. Taktisch anspruchsvoller Kampf. 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 So, wo sind wir denn hier? Aha. Jo, dann gucken wir da nochmal hin. Äh, Climb. Level 3. Aha. 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 Hier können wir noch nicht gewesen sein. Wir sind ja direkt runter gegangen. Äh. Äh. Scheint ja außer der Leitertreppe da nichts Interessantes zu geben. Nämlich sagen, gehen wir da direkt hin. Äh, das war hier, ne? Nee, das war hier. Ach, Gottes Willen. Ganz viel Schleim. прост,öst. Ok. So. So, die Treppe war im Westen. Obwohl, jetzt müssen wir die ja, glaube ich, killen wir die einfach sicherheitshalber alle. Okay, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, das funktioniert ja ganz gut. Okay. Ja, ja, so. Okay, ihr seid weg. Okay, so, jetzt kommen wir hier nach oben. Kein Quatsch, climb, Mensch. Okay. Uhu. Ah, da unten wollen wir hin? Okay. Kommen wir da ohne weiteres hin? Oder hat der... Purple Stone, hurra! Das ist sehr gut. Ja, da würde ich sagen, das ist doch ein schöner Abschluss für dieses Video. Wir haben in Shame die Purple Stone gefunden, was wir in Shame noch nicht gefunden haben, glaube ich, sind alle Orbs. Äh, ich glaube, es sind mehr als die zwei. Es waren bisher, waren es immer vier? Hm, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal uns hier noch in Shame ein bisschen weiter um. Und, aber das Wichtigste haben wir jetzt hier erledigt. Okay. Kannst du noch mal Licht machen, Werdener? Äh, ja, da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Shame. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.